Die Einstreu, die zweite. Ein Film, den ich lange lange angekündigt hatte und wo ich sagte, ich mach da mal was und wenn ihr in der Lage seid, eine Reitanlage zu verstehen, dann wisst ihr auch, dass derjenige, der die Reitanlage managt, beim besten Willen alles hat, außer Zeit. Aber jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Ich habe alles mal zusammen geschrieben. Es geht um die Einstreu und was wir hier haben, was ich euch auch anbieten kann. Ich habe da verschiedene Fragen von euch bekommen. Ich möchte im ersten Teil einfach mal die Fragen beantworten. Ich nehme euch gleich mal mit, dann gehen wir an den PC und springen da mal rein in so eine kleine Präsentation. Da habe ich euch die Fragen aufgelistet und meine Einschätzung dazu. Des Weiteren haben wir natürlich immer wieder die Frage, wie wirtschaftlich ist das? Macht das Sinn für mich? Und das geht in erster Linie halt an Betriebsleiter oder an Pferdebetriebe, die sagen, wir haben ja vielleicht den Gedanken, uns anderweitig zu orientieren, vom Stroh vielleicht weg oder von dem Holzeinstreu weg und überlegen mal über Strohpellets und was wir da machen können. Daher ist natürlich immer interessant und gerade wenn es in den betriebswirtschaftlichen Bereich geht, wie ist das denn mit den Finanzen? Also auch da haben wir jetzt mal so mal Tabellen, wir haben es protokolliert, Tabellen aufgemacht. Die zeige ich euch dann gleich mal und dann wollen wir gucken, wie wirtschaftlich ist das denn? Es kann gut sein, ich vermute, ich mache es das auch so. Dann mache ich das in zwei Filmen, in zwei kleinen Filmen, damit das nicht so lang wird hier. Der erste geht aber jetzt erstmal um eure Fragen und ich zeige euch erstmal, was wir so haben hier. Okay, ich schalte mal die Kamera kurz um. Ja, das ist so der erste kleine Stalltruck, da haben wir hier zehn Boxen, zehn Paddockboxen und wir sehen gleich so ein paar Besonderheiten. Zum einen, wir füttern Gras, also im Sommer füttern wir Gras, das wird sich später noch in dem Fil noch mal kurz wiederholen, weil wir dort natürlich auch eine Einschränkung haben bei der Einstreu. Aber wir füttern außen und das machen wir bei fast jedem Wetter, also wenn es richtig regnet und stürmt und schneit und was auch immer, dann füttern wir auch mal drin das Raufutter und also Heu oder Gras. Und bei so einem Wetter wie heute allerdings alles draußen, ja, gibt für uns eine ganze Menge Vorteile und ist vor allem für die Einstreu eine ganz gute Art, wie wir die im Prinzip bearbeiten. Ja, dann haben wir gleich so eines der großen Themen, Einstreu und Raufutter, vertragen sich nicht wirklich gut. Das heißt, wenn wir da Heu in der Box füttern, haben wir erhöhte Verbräuche, aber darauf gehen wir natürlich alles noch ein. Ja, den zweiten Gebäudekomplex oder Boxenkomplex seht ihr hier. Da sind auch noch mal zehn Außenboxen mit Paddock angeschleppt. Wir haben in den Paddockboxen Privatpferde und Schulpferde stehen und ich habe jetzt mal die ganze Berechnung, habe ich genommen von unseren Privatpferden, da wir dort jeden Monat protokollieren, was sie an Verbrauch haben, warum wir das machen, dazu später auch mehr. Und dann können wir euch einfach mal zeigen, was so eine Box in der Tat am Monatsende gekostet hat, was sie an Material verbraucht hat und wie wir das hier alles managen. Also das ist nur als kleine Ideengrube und da kann jeder überlegen, wie er es denn gerne hätte. Hier vorne haben wir ein paar Boxen, das sind ja normale Innenboxen oder Außenboxen im Prinzip. Sie haben ja hier großes Fenster und hinten auch ein schönes Licht, aber der Zweck steht da auch normal nicht drin. Da kommt es ja wieder in die Box an der Weide. Aber es ist so, dass wir mit den Boxen erhöhte Verbräuche haben. Die anderen Pferde, die haben hier angeschleppt direkt ihr Auslauf, ihre Paddockbereiche. Okay, also von zehn Pferden haben wir, oder von zehn bis 13 Pferden haben wir die durchschnittlichen Verbräuche genommen und die stellt euch nachher auch vor, was es kostet, wie wir es managen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal zu euren Fragen über und ich hüpfe mal kurz an meinen PC und dann starten wir mal eine kleine Präsentation. Ja, ihr Lieben, da sind wir. Ich habe mich dann einmal in mein Büro zurückgezogen. Ich war draußen auf dem Platz, wollte eigentlich die ganze Sache heute draußen machen. Aber alle fünf Minuten kam jemand, wollte was von mir näher. Okay, vielleicht so als Betriebsleiter hat man sich immer leicht, da ist man immer wieder dabei und jeder ruft dann an. Gut, das Video, ihr kennt das von mir, dass ich unter Umständen auch Videos mache oder nein, dass ich auch Videos mache für das Reiten an sich, also für Tipps und Tricks beim Reiten. Und wie wir so arbeiten bei uns, so gerade im Basisbereich, wir haben eine Reitschule und da hat man halt hier doch mal ein paar Sachen auf Lager, die man auch weitergeben möchte, auch mal so eine breite Masse tragen möchte. Und hier geht es aber jetzt allerdings in der Tat um den Bereich Betriebsleitung und das sind Themen, die die Betriebsleiter interessieren werden. Und da haben wir die Strohpellets. Ja, Strohpellets, das ist so ein Thema, da gibt es ganz viele Geschichten zu und ich möchte euch einfach einladen, dass wir uns mal Gedanken darüber machen. Und von meiner Warte gibt es die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich verkaufe das Material, das ist richtig. Also wenn ihr Material braucht in dieser Richtung, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Aber das ist so, dass ich da auch eine ganze Menge Dinge schon gehört habe, die erzählt wurden, Wundersachen über dieses Material oder Wundersachen generell über Einstreu, wo es dann heißt, es kann alles und es gilt auch abends mit nach Hause und gehe und koche dir das Essen. Und Einstreu ist kein Wundermittel, das kann einem das Leben ein bisschen leichter machen, aber so ganz schmerzfrei bekommt man das Leben in der Reitanlage definitiv nicht. Und beim Ausmisten auch nicht und da kann man machen, was man will. Es gibt überall Vorteile und Nachteile, auch das Material hat Vorteile und Nachteile und ich sehe keinen Grund, warum ich euch erklären sollte, dass alles super ist, weil das ist auf keinen Fall der Fall. Es ist ein gutes Material, da werden wir drauf eingehen, aber wenn jemand glaubt, er müsste das ultimative, allerbeste Material finden auf der ganzen Welt und er hat es gefunden, dann sagt er mir wieder Bescheid, dann kaufe ich das auch. Es ist immer ein Kompromiss und Strohpallets sind für mich ein guter Kompromiss zwischen der Leistung und den Kosten und all dem. Wir gehen auf die Kosten ein heute, das wird ein zweites Video sein, wo ich also einen zweiten Themenblock aufrolle, da geht es um die Kalkulation, die Betriebswirtschaft im Großen und Ganzen. Jetzt in dem ersten Video geht es aber in allererster Linie mal um Fragen, um eure Fragen. Ich habe das erste Video schon vor einigen Monaten rausgebracht und da kamen eine ganze Menge Fragen und die möchte ich heute einfach mal beantworten. Können trotzdem leider ein bisschen länger werden, aber hilft nichts. Fangen wir mal an. Jo, da muss ich hier reingehen. Ah ja. So, die Frage, die ganz gerne kommt ist, sind Strohpallets für mich die ideale Lösung? Also ich habe es schon mal angedeutet, es gibt keine ideale Lösung. Und Strohpallets sind das auch nur bedingt. Es gibt Ställe, da funktioniert es besser. Es gibt Ställe, da funktioniert es weniger gut. Und das ist eine Frage der Aufstallungsform in der Tat. Also wenn ich einen Stall habe, so wie wir den haben, mit Boxen mit angeschleppten Paddocks, dann habe ich dazu ganz klar eine Meinung. Da ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Material. Wenn ich Ställe habe, wo die Pferde im Prinzip in der Box stehen und da auch eher Raufutter bekommen, dann gibt es in meinen Augen viele, viele Vorteile, aber auch halt ein paar kleine Nachteile. Und darauf möchte ich eigentlich eingehen. Wo ich es generell nicht empfehlen würde, da kann ich überhaupt keine Einstreuer empfehlen, das wären Ställe mit unbefestigtem Boden. Hätte ich auch jetzt vor ein paar Monaten mal die Frage. Und da war ein Stall, der im Prinzip von unten immer fürchtlich nass wurde. Und A, man kann in so einem Stall überhaupt kein Pferd halten. Das ist für mich einfach schon ein bisschen tierschutzrelevant. Und B, da gibt es auch kein Material für. Also wenn es ein bisschen regnet und die Box steht in der Wasser, dann sollte ich mir einen anderen Stall suchen. Dann ist das vielleicht dann doch nicht das Wahre. Aber gut, lasst uns weitergehen. Wir gucken mal. Ist Stroh besser? Also es gibt ja viele Ställe, oder die meisten Ställe sind ja noch mit Stroh ausgestattet und dann wird mit Stroh eingestreut. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung. Also es war das Einstreu der letzten Jahrhunderte im Prinzip. Wir haben die Pferde immer auf Stroh eingestellt. Da wurde auch nie dran diskutiert. Ist Stroh besser? Ich würde sagen, ganz klar nein. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die für Stroh sprechen würden. Auf den ersten Blick, aber wenn man genauer hinschaut, dann spricht das auch genauso gut gegen das Stroh. Ich habe momentan zwei Pferde auf Stroh stehen. In der Tat, die stehen bei mir in normalen Außenboxen, also ohne Paddock. Weil diese Pferde einfach mit dem Stroh wirklich gut klarkommen. Zum einen. Zum anderen habe ich ein bisschen viel Stroh über und muss das loswerden jetzt. Ich mache jedes Jahr ein bisschen Stroh. Und ich sage euch auch warum. Und zwar zum Zufüttern. Also wir füttern immer mal eine Händchen voll Stroh zu. Und da haben wir ein bisschen viel. Und da werden die eingestreut mit Stroh. Und ich merke es beim Füttern von Heu, beziehungsweise momentan von Gras. Das ist schon ein bisschen, auf den ersten Blick schon ein bisschen besser. Auf den zweiten Blick, naja, das Stroh ist halt auch eine Riesenmenge an Material, was dann rausgefahren wird. Also es ist so ein bisschen ein zwischneidiges Schwert. Und schön, ich finde Stroh immer schön, wenn es in der Box liegt. Ist sauber, ist ordentlich, sieht es gut aus, riecht auch gut. Aber da gibt es eine ganze Menge Nachteile dafür. Da gehen wir aber noch drauf ein. Sind Hobelspäne besser? Oder Holzpellets? Also ich würde Holzpellets nicht ganz gleichsetzen mit Strohpellets. Das sind also auch diese kleinen gepressten Holzteile. Und ich würde es eher so sagen, dass das Holz so ein bisschen härter liegt. Also es wird härter von der Matte her. Lässt sich ein bisschen leichter vielleicht aussieben, wenn man mit der Mistgabel, mit der Spänegabel da mistet. Ist ein bisschen leichter. Und es ist aber ökologisch, wie ich finde, ziemlich problematisch. Also wenn ich jetzt für die Umwelt auf die Straße gehe und sage, ich möchte also bitte umweltneutral und wie auch immer. Da muss uns eigentlich klar sein, als Reiter oder als Pferdehalter, dass wir im Prinzip schon eine ganze Menge CO2 produzieren mit unserem Sport. Und da muss man sich auch noch anfangen, Bäume abzusägen. Ich halte es für völlig unnötig. Und also mir widerstrebt es zutiefst. Hobelspäne, das ist so eine Sache, da kommt ein Ding zu, also neben der anderen Thematik, dass Hobelspäne einfach fürchterlich zu missen sind. Und das liegt immer wunderschön in der Box. Also wenn ich mir eine Box 800 oder 900 Euro nehme und habe die eingestreut mit schönen dicken Hobelspäne und immer schön weiß und immer schön hell, da sind die Kunden unter Garantie hoch zufrieden mit. Die Pferde, denen geht es da auch gut drauf. Die fressen das auch nicht, das Material ist alles gut soweit. Allerdings, wenn ich das dann misten muss, dann braucht man schon starke Nerven, weil diese Hobelspäne und gerade die frischen Hobelspäne, die vermischen sich mit dem Mist und dann fängt man raus zu sortieren. Also das ist dann doch relativ aufwendig. Also wir machen das sogar so, wir haben auch eine Einstellerin gehabt, die hat ihr Pferd auf Hobelspäne einstellen wollen und dann haben wir eine Servicepauschale genommen im Monat. Das heißt, wir haben Mehrkosten, hat sie dadurch verursacht für sich selbst, weil wir gesagt haben, wir missen die Box nicht zum gleichen Preis, wie wenn eine Spänebox, also eine Strohpelletsbox misten. Das kann man eigentlich nicht machen. Ja, kommen wir zum Leinstroh. Ist Leinstroh besser? Wir haben Leinstroh auch mal gehabt, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin da so ein bisschen ohne Tränen von abgekommen. Es war kein schlechtes Einstreu, es war kein besonders gutes Einstreu. Also ich würde sagen, Leinstroh und Strohpellets, ich würde die Strohpellets bevorzugen, aber Leinstroh, man macht da nichts verkehrt, denke ich mir. Dann kam so eine Welle, da haben sie mit Frischkompost. Gearbeitet, das ist mir super. Also ich probiere sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel aus, weil ich immer so ein fauler Kerl bin vom Grund auf und ich wollte einfach wissen, was die beste Einstreu hat. Also habe ich Frischkompost ausprobiert und das ging mal voll in die Hose. Also ich habe das gesehen bei meinem Neffen, der hat da eine große Liegefläche in einem Außenstall und Offenstall und da hat er Frischkompost eingestreut und da war er immer trocken und dann haben die Pferde riesige Flächen gehabt, zum Hinlegen, die haben auch draußen die meisten Zeit vom Tag verbracht. Und da muss ich sagen, hat mir das wirklich gut gefallen. Da habe ich gesagt, okay, probierst du das mal aus. In der normalen Box ging das fürchterlich in die Hose. Man muss jetzt allerdings sagen, oder ich muss mal sagen, ich probiere das immer bei meinen Pferden aus, also bei den Schulpferden. Das mache ich nicht mit den Einstellerpferden, das mache ich mit den Schulpferden. Und das habe ich dann nach einem Vierteljahr, es war noch kein Vierteljahr, habe ich es abgewürgt und habe gesagt, eben ist Schluss. Da kam der Schmied, hat sich beschwert, die Füße waren so weich. Es war also alles, nur nicht mehr gut. In einer Offenstallhaltung mit einer großen Liegefläche, da kann ich mir das gut vorstellen. Und da habe ich es auch in zwei, drei Stellen jetzt schon gesehen. Da haben wir auch mal einen Stall gehabt, wo wir dann ein bisschen Strohpäler drunter gemischt haben und dann war die Liegefläche etwas weicher. Da kann man das so ein bisschen kombinieren, aber am großen Ganzen hat es funktioniert. Es war in Ordnung, nur halt in der normalen Box, dreimal vier Meter, viermal vier Meter und was auch immer. Last. Also Frischkompost auf keinen Fall. Den Waldboden, der wurde hier und da mal gegenüber erwähnt, habe ich überhaupt keine Erfahrung. Und ich wüsste auch momentan hier keinen Stall, der das anbietet. Der Waldboden liest sich so ein bisschen wie auch wie ein Kompost. Wenn man die Beschreibung durchliest, da müsste man halt mal gucken. Ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht, aber die Mengenangaben, auch dort, die dann als monatlicher Bedarf genannt werden, die halte ich generell für ganz, ganz schwierig. Aber Mengenangaben, Kosten, da kommen wir auch später drauf. Ja, wie hoch ist der Verbrauch und wie hoch sind die Kosten? Das nehme ich in den nächsten Teil rein. Wie hoch ist der Verbrauch? Da geht mir so ein bisschen der Hut hoch, aber da gebe ich auch später drauf ein. Das brauche ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht machen. Dazu kommen wir, wie hoch viel verbraucht wird und wie das dann sich Moniteur auswirkt. Fragen von euch. Fressen die Pferde die Einstreu? Und da sagen viele Anbieter, nö, das machen sie nicht. Nö, nö, nö. Nö. Natürlich fressen sie es. Das ist alles Lüge. Wenn die sagen, die fressen es nicht, natürlich gehen die ran und fressen. Das Zeug riecht lecker. Ja, es ist auch kein allzu großes Problem. Es ist eine Frage, wie man es einstreut. Also wenn man es einstreut und macht es vorher schön nass und feucht und dann sind die aufgequollen, die Pellets, dann sehe ich das eigentlich sehr entspannt und dann sehe ich auch gar nicht viel, dass die fressen. Das ist nicht viel. Ich mache es ganz gern, dass ich das Material trocken einstreue und dann ist die Matratze oder die Unterlage oder die Einstreu im Prinzip im oberen Teil, so oberen zwei, drei Zentimeter, noch recht fluffig und dann wird das neue Material eingemischt. Also mit so einer vierzinkigen Missgabel einfach untergeschabt und dann hat man so ganz verteilt, hat man diese Pellets, die liegen nicht oben drauf. Das sieht nicht so aus, als wären da jetzt 100 Kilo drin, 150 Kilo drin, sondern es sieht aus, es wäre so eine Handvoll Pellets drüber geworfen, aber die sind dann einfach untergearbeitet und die quellen dann langsam auf. Und dann nehmen die Pferde sich mal ein paar Pellets raus und wenn da mal eine Handvoll zusammenliegt, dann wird die auch gefressen. Aber es ist keine große Menge. Also es ist kein großes Problem. Dann kommt die Frage natürlich in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext nach Koligen und Schlundverstopfung. Die Pellets sind ganz normale kleine Pellets, die wir auch als Futtermittel haben und da ist eine Schlundverstopfung, wie ich denke, eigentlich nicht zu erwarten. Die quellen auch so langsam auf, dass es nicht im Schlund stecken bleibt, während es aufquillt, sondern damit kommen die klar. Zumal die auch drauf rumnagen und die fressen es klein und das ist also auch bei uns noch nie ein Thema gewesen. Koligen, genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn ich ein Pferd habe, das auch so ein bisschen gerne mal eine Kolik hat und da kriege ich auch ganz viele Anrufe, mein Pferd hat Kolik, ich suche einen neuen Stall und was auch immer, wenn dann so Ideen kommen oder Sachen kommen, naja, mein Pferd hat ständig Kolik, dann ist meine erste Frage, steht auf Stroh und dann ist die Antwort in der Regel ja und dann sage ich ja, stell sie mal runter von Stroh, stell sie auf Späne, stell sie auf Wasserräumer, stell sie auf Strohpellets, damit da Ruhe ist. Wir haben, seitdem wir keine Strome einstreuen, kein Strome einstreuen, bei den meisten Pferden halt, haben wir bis auf ein Pferd keine Koliken. Ein Pferd hat eine Kolik, das öfteren gehabt, das Pferd neigt zum Koppen, das ist halt ein Kopper und das ist auch ein recht intensiver Kopper, das geht an einem Sekundentakt, also richtig viel und der hat immer wieder mal so ein bisschen Bauchschmerzen und der hat immer wieder mal so ganz leichte Koliken und das können auch ein bisschen heftigere Koliken werden, aber das haben wir jetzt auch in den Griff bekommen, also er geht sieben Tage die Woche, 24 Stunden hat er Heu und seitdem geht es einigermaßen, Kopter ein bisschen weniger und dann ist es alles in Ordnung. Aber wir haben keine, diese ganz normalen Verstopfungskoliken haben wir nicht und das ist ja ein Großteil der Koliken, die wir haben, sind ja im Prinzip so Aufschöpfungskoliken, wo die Pferde im Prinzip sich zu viel Stroh gönnen und dann stehen sie da und haben Bauchschmerzen. Ja, das kann also schon dafür zuführen, ich muss ja nichts über Kolik sagen, aber ihr wisst Bescheid, Kolik ist nicht von der Hand zu weisen, das ist ernsthaft. Gut, dann war die Frage natürlich, wenn die Pferde nicht fressen an Stroh, dann nehmen die doch ab und haben wir einen Gewichtsverlust. Nein, haben wir nicht. Also die Pferde, die normales Gewicht haben, also wir sind jetzt eh nicht so der Stall, wo die Pferde so hungrig dastehen und im schlechten Futterzustand sind. Hier und da kommen die Pferde, aber wir füttern viel Gras und wir füttern auch gutes Heu, immer Top Heu und dann geht das. Aber Gewichtsverlust hatten wir bei Pferden, oder wir hatten wenig Gewicht bei Pferden, die umgestellt wurden von Stroh auf Strohpellets und die haben zugenommen. In der Tat, die haben zugenommen und ich habe keine Ahnung warum, aber ich vermute mal, also kein Wissen darüber warum, aber ich habe eine Vermutung und die Vermutung lautet, dass die Pferde einfach weniger Probleme mit der Verdauung haben, weil sie sich nicht überladen mit Stroh. Weil Stroh im Prinzip ja eigentlich nur Masse ist, aber wenig Nährwert und von daher ist eigentlich die Idee naheliegend, dass es unter Umständen daran liegen könnte, dass die Pferde im Prinzip weniger Probleme mit der Verdauung haben. Also Gewichtsverlust? Nö, ist nicht. Was machen die Pferde in der Futterpause? Also erstens, Pferde müssen nicht 24 Stunden am Tag fressen. Das wird ja immer wieder gesagt, ja Pferde müssen die ganze Zeit fressen. Die müssen ordentlich Heu haben morgens, die müssen ordentlich Heu haben abends, die müssen, wenn die bei uns morgens Heu bekommen, dann stehen die bis 12 Uhr da, sind am Kauen und 14 Uhr, 15 Uhr wird die Stellung nochmal sauber gemacht und spätestens 15, 30, 16 Uhr gibt es das nächste Heu oder Gras halt in dem Fall. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass die lange Futterpausen haben, wenn man so ein bisschen gescheit füttert, geht das wohl und wir haben es halt so, dass wenn wir schönes Wetter haben, dann geben wir auf den Paddocks draußen oder auch in den Boxen, geben wir ein bisschen Stroh und wenn ihr mal das beobachtet, dann wird er merken, dass Stroh bei gutem Wetter, also bei trockenem Wetter, gefressen wird und es reicht schon so ein bisschen so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass die Pferde das Stroh gar nicht mehr so anfassen. Also ja, bei Regen bleibt es einfach liegen. Also Stroh bei gutem Wetter füttern wir ein bisschen zu, das ist was zu knabbern und ja, die gehen da mehr oder weniger gerne ran. Es gibt ein paar, die fressen es gerne, andere nachher. Die lassen es einfach liegen. Ja, die Betreiber haben natürlich immer wieder so ein bisschen das Problem, dass sie ihre Einsteller so ein bisschen überzeugen müssen von neuen Dingen und neue Dinge sind ja so eine Sache. Ist so jedermals Sache nicht. Wir haben es so gemacht, wir machen es generell so, wenn wir neue Sachen einführen, dann machen wir das an den Schulpferden oder an den eigenen Pferden. Die haben wir umgestellt von den Holzpellets damals auf die Strohpellets und vor den Holzpellets hatten wir ja, dieses, dieses, ja, ja, dieser Grünschnitt, diese, diese, diese Kompostgeschichte und davor hatten wir Stroh. Wir haben jemals umgestellt, der Kompost dann aber weggelassen, haben gesagt, das braucht kein Einsteller machen, da haben wir jetzt die unsere Lehrerin gezogen. Da haben wir also eine Lernkurve gehabt, die war dann einfach steil und das taugt nichts bei uns. Dann kamen die Holzpellets und da haben wir die Privat, die Schulpferder aufgestallt mit und dann kamen die Privatpferdeleute und sagten, ja, das ist toll, können wir es auch vorstellen und dann ging das eigentlich ganz schnell und was so ein bisschen blöde ist natürlich immer der Zwang und wenn ich meine, meine Stallung in Ruhe haben möchte, dann muss ich mit den Menschen reden und wenn ich meine Einsteller einfach mal ins Gespräch nehme und sage ihnen, pass auf, du hast die und die Vorteile und das habe ich ja in dem einen Film, den ich schon gemacht habe, den verlinke ich am Ende, weil das könnte ich uns mal zu Ende angucken, den Film, da habe ich erklärt, was die Vorteile sind. Das sind die, keine Mäuse, keine Ratten und all das ganze Zeug nicht in den Lagern, das sind die reduzierten Kolikgefahren, das ist kein Staub, kein Husten oder wenig Husten, weniger Husten, hier, da hustet mal einer, ja, das ist dann meistens Heu, wenn das nicht so ganz takko ist oder wenn es am Ende der Saison ist, das Heu. ja, also da kriegt man so eine Einsteller eigentlich schon ganz gut aufmerksam und ja, auch positiv gestimmt, wenn man mit ihnen darüber spricht, also sprecht mit euren Einstellern und das geht dann irgendwie doch relativ schnell. Dazu kommen, dass die Kosten, wenn man es mal genau durchrechnet, was wir nachher auch machen werden, dann ist schon so, dass das finanziell auch interessant ist und wenn ich jetzt sage, ich muss meine Boxen mieten unter Umständen erhöhen, weil die gesamten Kosten steigen und ich habe mit einer anderen Eistreu unter Umständen die Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren, dann ist es schon so, dass man da auch die Einsteller so ein bisschen bei sich behält. Man muss ja nicht die Preise senken. Man kann auch mal die Preise senken, aber das gibt das nicht her, aber wenn ich jetzt sage, ich nehme Stroh und habe dann im Prinzip am Schluss, am Ende vom Tag eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die negativ ist, dann gibt es unter Umständen bessere Wege. Aber zu den Berechnungen kommen wir ja, wie gesagt, gleich. So, weiter. Das sind die Fragen, die mir nie gestellt wurden, aber die ich ganz interessant finde, die würde ich mir selber stellen und eines der größten Punkte ist Nagetiere und Schadnager im Stall. Also da haben wir bei Stroh wirklich teilweise richtig heftige Probleme gehabt. Wir kennen es alle, also wer jetzt noch keinen Stall betrieben hat, der wird sich sagen, naja, was soll das? Aber nein, wir haben im Prinzip alle in den Ställen doch mehr oder weniger Druck von Nagetieren und das wird dann im Herbst, Winter, wenn die von draußen von den Feldern reinmarschieren, die Mäuse und aber auch die Ratten, da wird dieser Druck einfach größer. Und wenn die dann nichts zu fressen finden in einem Strohlager, weil es einfach nicht da ist, das Strohlager, ja, dann vermehren die es zumindest mal nicht. Da hat man die Sache schon eher mal im Griff oder die Katze oder die Greifhügel. Also wir haben Eulen und die holen sich auch mal hier und da ein paar Mäuschen mehr. Aber wenn man dann Stroh hat und dann vermehren die sich hemmungslos und dann muss man mit Gift anfangen und das ist alles sehr unangenehm. So, was ist problematisch? Also das Stroh, Pellets, Material hat Vorteile, 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 aber auch Nachteile. Einer, der mir am meisten auf die Nerven geht, ist Dauerregen und die Mistplatte. Also wir müssen uns vorstellen, wenn wir den Mist aus den Boxen rausholen, sind das ein großer und ganz ein Pferdeäpfel und relativ gesättigtes Material, relativ gesättigte Einstreu, also keine trockene Einstreu, die wir rausfahren. Bei Stroh ist es ein bisschen anders. Bei Stroh ist es so, dass wir da auch ganz viel trockenes und gutes Material noch haben, das auch eine gewisse Saugfähigkeit noch aufweist und zudem auch mehr Wasser über Verdunstung abgibt. Also wenn ihr euch den Mistthaufen anguckt, bei 5, 6, 4, 5 Grad plus, dann sieht er da, liegt er da und er dampft und das habt ihr bei diesem Stroh, Pelletsmaterial deutlich weniger. Das kommt auch auf Rottemperatur, wir haben es also gemessen, kommt auch auf 65, 70 Grad im Kern, von daher wird es auch für Wurmlarven so sein, dass die dort keine Chance haben zu überleben, aber ihr habt weniger Dampf über dem Misthaufen, ihr habt weniger Ausdünstung von Feuchtigkeit und wenn der Mist dann nass ist, dann ist er nass. Das ist für mich persönlich ein Problem, wenn ich den Mist hochfahre oder aufstapeln möchte, weil das dann einfach wieder zurückfließt. Das ist wie so ein breiges Material und man kann nicht drauf fahren, man kann nichts dergleichen machen, das ist also da schon ein bisschen schwierig. Wir werden es jetzt mittelfristig, müssen wir sowieso irgendwann überlegen, die Mistplatten zu überdecken und das wird ja auch vermutlich irgendwann mal die Auflage sein, dass wir bei Neubauten sowieso, haben wir das teilweise schon, dass die Mistablageflächen überdacht sein müssen und Hand aufs Herz, wenn wir richtig Dauerregen haben und Schnee und alles das, dann ist es auch gut nachzuvollziehen, dass man das vielleicht mal in Angriff nehmen sollte. So, was ist noch ein Riesenvorteil für mich, ist die Lieferung in Time. Also ich stoße eine Bestellung an und ich weiß genau das Datum, am Anfang habe ich eine vage Vorstellung, 14 Tage vorher und dann kriege ich mein Datum genannt, dann kommt der Sattelschlepper auf den Hof, dann lade ich es ab und gut ist es. Ich muss also nicht mehr auf den Äckern rumhechten und ich muss mir nicht mehr den Kopf machen, wie kriege ich es hin, vor der nächsten Gewitterfront mein Stroh reinzukriegen und das ist auch so eine Sache, da sagen viele Landwirte, ja, da machen wir unser Stroh und das alles super schön und überhaupt und wie romantisch ist das denn? Auf der anderen Seite stehen sie dann da und dann können sie nicht pressen, weil das Stroh nass ist, dann können sie nicht pressen, weil der Traktor kaputt ist, dann können sie nicht pressen, weil dies oder das und dann kommt jetzt immer später im Jahr und auf einmal bringst du dann noch schimmeliges Material rein und dann husten die Pferde und dann sagen die Einsteller, du hast doch einen Schlag nicht gehört, unsere Pferde auf so einen Mist einfach aufzustallen. Also wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, es ist einfach, es ist einfach richtig aufwendig, die Stroh ernte und das als Einsteller, wenn du als Einsteller das mal betrachtest, dann musst du auch sagen, okay, das ist ein Kostenfaktor, das kostet richtig Geld und zwar den Landwirt, also Stroh ist nicht umsonst, nur weil es in der metrischen runterfällt, da geht es ja erst los, ja, das muss dann erstmal geschwartet werden, umgedreht werden, getrocknet werden, gepresst werden, heimgefahren werden und da stehen Maschinen auf dem Hof, das kann man normalsterblichen gar nicht erklären, was sie kosten und vor allem, die kosten dann auch im Betrieb, ja, also ich kann mich an keine Ernte erinnern, wo die Strohpresse, die neue, nicht kaputt gegangen ist, irgendwas war immer und da kostet es richtig Geld, nicht ein bisschen. Also Stroh ist kein kostenloses Material. Was ist problematisch? haben wir auf ein paar Tagen auch gehabt, da war ein Sattelschlepper auf den Hof gefahren und dann konnte der Fahrer nicht rumdrehen und da ging gar nichts mehr, also der hat sich bei uns verfahren und da war der Springplatz auch noch, da war er beklagenswerterweise glatschen nass und dann war der Fahrer auch nicht der allergrößte Pilot auf diesem Planeten und dann hat er wirklich ewig gebraucht, bis er so ein LKW rausgefahren hat. Also ein Sattelschlepper muss auf den Hof passen, muss idealerweise auch drehen können und das alles auf dem befestigten Bereich. Wenn ihr also eine Buckelpiste habt und krumm und schief, da wird es spätestens jetzt interessant und zwar so ein Big Pack wiegt um die 1000 Kilo. Das ist ein Big Pack, nicht so ein kleiner, nee, nee, 1000 Kilo und so der alte Bulldog Lanz, der packt das nicht. Also ihr braucht schon einen ordentlichen Traktor und ihr braucht jemanden, der weiß, was er mit dem Traktor auch macht, also er muss es können und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn dann der Fahrer kommt, die Fahrer wissen, die LKW-Fahrer wissen, wie das geht und die helfen euch auch ganz dolle, aber wenn ihr dann mit dem Traktor da oben so viel anhebt und rammt dann eure Gabel oben durch die Plane vom LKW, dann wird auch der geduldigste Fahrer irgendwann mal stinkig. Also ihr müsst schon ein bisschen wissen, was er tut. Also Amateure, bitte, bitte, bitte bleibt vom Traktor runter, macht das nicht. So, an der Stelle machen wir jetzt mal kurz einen Break. Ich mache gleich den zweiten Film hinterher, da geht es um die betriebswirtschaftliche Geschichte. Ich werde mir erst mal hier einen frischen Kaffee holen und dann geht es weiter. Okay. Wenn ihr Fragen habt an mich, ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Hier neben steht irgendwo, dann am Rand steht irgendwo meine E-Mail-Adresse, aber ist auch in der Beschreibung unten drin. Und ich mache ein Handout fertig und das könnt ihr euch runterladen, da steht das auch alles nochmal drin. Fragen, wenn auch immer, was auch immer, ja, fragt mich. Okay, könnt euch bei mir melden. Und wir sehen uns dann vermutlich gleich wieder beim nächsten Teil und guckt euch auf alle Fälle den ersten Teil mal an. Okay. In dem Sinn, macht's gut. Bis dann. und guckt euch auf alle Fälle 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 und guckt euch auf alle Fälle